Halli, Hallöchen, willkommen bei HerthaGeek, Freunde. Der Restart, ja, langersehend, ja, er ist nun mal da. Wir durften nach Bochum und haben 3-1 verloren. Ja, das schon mal die bittere Pille vorab. Also Restart missglückt. Ja, wir müssen reden. Ich puzzle hier mal alles auseinander. Hier gibt es knallhart die Analyse. Ich fange mal an mit der Aufstellung. Chris ist ein Tor. Ja, wen wundert es? Das ist so. Wir freuen uns ja über unseren Juten-Keeper. Mittelstädt links. Ja, er hat es verdient. Er hat es verdient. Er hat ja auch im Trainingslager gute Leistungen gezeigt. Und ja, für mich ist Mitti ja sowieso, ihr wisst, ist ja gesetzt auf der linken Seite. Dann Kempf Rochel mittig und Kenny rechter Verteidiger. Ja. Sonjic Tussar. Also die waren dann im hinteren Mittelfeld und man dachte, ja, das ist eine Bank. Da kann nicht ganz so viel anbrennen. Scherhand von Anfang an fand ich gut, den Rico, äh, den Rico, ja. Rico Scherhand, nein, es ist der Ri, den Rookie reinzuwerfen. Bötius in der Mitte. Dann Marco Richter rechts außen offensiv und vorne der Kongo oder Willi. Ja. Das zu der Aufstellung. So sind wir ins Spiel gegangen. Okay. Gleich am Anfang fiel mir auf, ey, was für ein geiler Support. Mega Hertha-Banner, ja. Im Hertha-Fanblock fand ich sehr geil. An dieser Stelle mein Applaus. Richtig cool. Man hat gleich gesehen, ja, Hertha ist präsent im Ruhestadion in Bochum. Druckvoller Start von Bochum, muss man sagen. Die kam schon ganz gut, äh, ins Spiel. Erste Chance, äh, vierte, ja, fast fünfte Minute. Mir war eigentlich klar, dass die im eigenen Stadion gleich von vorne rein aufs erste Tor gehen. Äh, man weiß ja, dass Hertha mal schwierig im Einstieg des Spiels ist. Und das hatte Bochum verinnerlicht und wollte das dann auch gleich so durchziehen. Auf mich wirkte, äh, gleich am Anfang der Böthius so ein bisschen, ähm, ob er noch nicht richtig da ist, äh, so, ja, ein bisschen spät in seinen Aktionen, ein bisschen ungenau, äh, das ist mir irgendwie gleich aufgefallen. Dann aber in der zehnten Minute, was für ein Knaller von unserem Toussaint, ja, schön geil ins Angel gedrückt. Aber, Leute, wie das so ist, man freut sich. Und der Ball war leider vorher schon am Aus. Das Tor wurde nicht gegeben. Ich hatte eigentlich schon gesagt, ey, der war doch aus, ja. Jetzt ist aber die Situation folgendes. Wenn das Spiel weiterläuft, ja, ihr habt es ja dann auch gehört, äh, zu Genüge im Kommentar während des Spiels und sich eine neue Situation ergibt, der Verteidiger war ja am Ball, dann gibt es ein neues Anlaufen, eine neue Strom-Anlauf-Situation, nenne ich es einfach mal. Und man hätte vielleicht den Treffer geben können. Jetzt war aber so, es war ein Hick und, äh, ein Hickhack, meine ich, äh, im, im Kommentar, ähm, kam dann raus, dass es nicht genügend Zeit dazwischen irgendwie war. Es war nicht richtig offensichtlich, dass die Szene komplett abgeschlossen war. Wahrscheinlich hätte Bochum noch ein bisschen mehr nach vorne spielen. Und dann eine Situation, weil der Verteidiger war nur ganz kurz dran. Naja, es war aber kacke, weil man dachte, ja, was für ein Start. Wir kommen hier richtig geil in den Restart rein. Und man weiß ja, dass Bochum es immer sehr schwer hat, wenn sie 1-0 zurückliegen. Dann haben die eigentlich sehr, sehr oft verloren. Sollte nicht sein. 15. Minute, ab der 15. habe ich dann geschrieben, ähm, Spiel wird offen. Bochum ließ sich da ein bisschen zurückfallen. Hertha war eigentlich recht ballsicher. Und man dachte, naja, es ist erstmal eine ausgeglichene Partie. Aber leider in der 22. Minute 1-0. Hofmann nach Flanke, schlecht verteidigt von Kempf. Der Junge springt hoch und köpft ihn ein. Und der Kempf schaut zu. Ja, also aus meiner Sicht, äh, schlechtes Abwehrverhalten, in dem Fall von Kempf, ja. Er hätte, äh, wenigstens, äh, alles probieren müssen, um den da wegzudrücken. Denn es ist ja nichts Neues, dass der Hofmann auch mal einköpft, ja. Und dass er da steht, verstehe ich immer nicht. Ja, vielleicht wäre Rochelle, wenn der gerade da gewesen wäre, der ist ein bisschen größer, vielleicht rangekommen. Ich weiß es nicht. Aber Kempf ist ja nicht mal richtig hochgegangen. Also ein bisschen was, äh, zu beleben nach vorne. Äh, scharfe Flanke rein. Und Kanger kommt knapp nicht mehr ran. Äh, somit, äh, für den Torwart der Ball. Aber es hätte was passieren können. Wenn der Kanger einen Schritt mehr gewesen wäre, da irgendwie, dann hätte er vielleicht einen pieksen können. Schade, schade, schade. Ja, 29. Minute wieder der Richter. Weitschuss. Bötius. Aber sollte auch nicht sein. Dann habe ich ihn mir nochmal notiert. Das sind ja mal meine Notizen mit aus dem Spiel. Bötius wirkte auf mich schlechte Abspiele. Unsicher. So leider, wie man ihn teilweise auch vor der Pause gekannt hat. Ja. Es ist mir wirklich aufgefallen, ähm, dann kann man es auch beim Namen nennen, ähm, dass der Bötius irgendwie im Mittelfeld so ein bisschen hilflos auf mich wirkte. Auch in der Körpersprache. Er ist ja ein leichter, kleiner, äh, kleinerer Spieler und wurde oft weggedrückt und konnte sich sehr schwer behaupten. Ja, Bochum nach vorne druckvoller. Leider. Und hatte dann in der 33. Minute einen geilen Freistoß, der gegen die Latte ging. Da hätte der, äh, Christensen keine Sonne gesehen, wie man so schön sagt. Freunde, der wäre nämlich schön ins Angeln gegangen. Zum Glück nur Latte. Ja. Zum Glück nur Latte. Ja. Kanga wirkt allein vorne in der Phase nach diesem Freistoß zu wenig Anspielmöglichkeiten. Also da vorne war Nüchte. Ja, muss man wirklich sagen. Das hat mich an alte Zeiten erinnert. Ja, okay, Luke Bakio wollte nicht da. Aber da vorne, auf weiter Flur, der Willi. Und er hatte keinen, der ihm ausgeholfen hat. Und er hat leider mal wieder, leider mal wieder keine Bälle festmachen können. Keine Bälle festmachen können. Und das ist das Schade, ähm, das finde ich sehr schade, weil ich dachte, da wäre vielleicht eine Verbesserung gewesen, weil er hatte ja in den letzten Spielen eigentlich ganz gut da vorne performt. Aber es ist halt nicht dieser Abfangspieler. Also so wie Selke oder andere. Ja, Lewandowski macht das sehr gut. Es gibt viele Stürmer, die einfach den Ball abprallen lassen, zack, freilaufen. Und bei Willi kommt der Ball irgendwie selten zurück zum eigenen Spieler. Ja, Hertha hatte dann in der Zeit das Spiel eigentlich abgegeben. Muss man wirklich sagen, nach vorne ging nichts. Ja. Und dann war es leider so, kurz vor der Halbzeit, wo man dachte, naja, okay, mit dem 1-0 in die Halbzeit so ein bisschen schummeln. Und, äh, nein, war nicht. 43. Gute 43. Ecke Bochum und der Schlotterbeck, der neu verpflichtet wurde und der, sein erstes Tor bei Bochum und ich glaube, ich weiß nicht, ob der das erste war in der Bundesliga. Also, ja, für den war das heute sein Tag. Ja, der Bruder von dem Schlotterbeck vom BVB. Ähm, leider, ähm, reingeköpft. Und auch in diesem Fall muss ich leider kämpftes Ding anheften. Er hat den Ball einfach irgendwie durchsausen lassen. Äh, na, also eine offene Abwehr bei der Ecke. Wie geht denn sowas? Ja, da muss der Ball irgendwie, man kann ja nicht so gucken, oh, der wird schon vorbeifliegen. Ja, Floka vorbei. Hüps. Und dann stand aber noch Schlotti da und hat den so runtergedrückt. Das war auch ein bisschen Glück, dass er den, weil der Ball recht schnell so beim Reinrennen auch so runtergenickt hat. Und drin war die Kirsche. Und da war die Kirsche drin. Und es war 2-0 zur Halbzeit. Shit. Shitty. Pause, Freunde. Ich hatte da so ein kleines Pausenfazit mir hier zurecht notiert. Ja, Bötius sollte raus. Der wirkte irgendwie fehl auf dem Platz, muss man echt sagen. Und, äh, Stumm, äh, Sturm, Stumm, ja. Sturm muss mehr gehen. Da ich schon überlegt, naja, kommt Jessic, Nikam, also, wär ganz nice. Ja, und kämpft zu viel Fehler. Das war so diese Pausen-Fazit-Geschichte bei mir. Dann Anpfiff, zweite Halbzeit. Halbzeit. Und ich sah keinen Wechsel auf dem Platz. Da wurde in der Halbzeit nicht gewechselt und ich fragte mich, why? Ja, 2-0 zurück. Jetzt muss man doch die Trompete blasen und sagen, jetzt werfen wir es rein. Ob wir jetzt 3-0 verlieren oder vielleicht 2-1 hinkriegen. Hat mir ein bisschen wehgetan, muss man sagen, weil ich dachte, ja, da wird auf jeden Fall gewechselt. Wer das Spiel gesehen hat, vorne Willi, ja, kennt ja die Situation aus dem Western, wenn da so dieser Büschel da lang rollt, du, Westernmucke. Und dann, der war irgendwie alleine da vorne, da ging nichts, ey. Ja, da muss doch jemand ihn unterstützen, Mensch, ey. Und da dachte ich mir, naja, ich weiß nicht. Und, äh, auch im Mittelfeld. Sofort wechseln. Ich hätte sofort Cerda gebracht. Sofort. Bötus raus und Cerda rein. Man hat doch gesehen, dass der Bötus keinen Zug zum Spiel hatte, kein Richtlin. Also, der hat ja wirklich auch, da ging nichts richtig. Ja, und wie es auch so ist, Bochum kommt gut zurück. 47. Minute Schuss Godzilla. Nein, Godzilla war es nicht, sondern Lucilla, der aufs Tor ballert und, ja, wurde nischt. Aber da hat man gleich gemerkt, okay, Bochum ist wach. Die haben gleich die erste Situation genutzt für ein Schüsschen. Und dann ab der, ja, ich sag mal fast 48. Minute fiel mir ein oder fiel auf, dass der Sheerhand gut rumwirbelt. Ja, also Sheerhand hat anscheinend, oh, ich sag mal Sheerhand, Freunde, Sheerhand, ja, wegen Derry. Ich sag mal, Sheerhand, gutes Deutsch aussprechen, zack, hat im 16er gut rumgewirbelt und auf der Seite, links und auch rechts, bespielt die Abwehr. Also muss man sagen, jetzt gab es die Order von dem Schwarz, dass er wahrscheinlich da mal mehr machen soll, offensiver werden soll. Also das hat mir ganz gut gefallen, wirklich. Gerade er als Rookie, erstes Spiel von Anfang an, eigentlich nicht schlecht. Denn er hatte da in der 48. gerade erwähnt, eine gute Chance, sich schön im 16er freigespielt zu Bötius rein. Und was macht Bötius? Völlig verkackt. Sorry, Freunde. Der war unkonzentriert im Abschluss und das Ding ging über, ja, voll rüber über das Tor, Richtung Publikum. Ab der 50. dann Bochum, ein schönes Pressing. Ja, also Bochum war da wirklich auch schon so ein bisschen, ja, der Herr im Haus. Man hat es immer mehr gemerkt. Bochum hat ein bisschen sich zurückfallen lassen und Hertha war ungefährlich, muss man leider auch sagen. Und dann haben sie wieder ein bisschen Druck und Pressing ausgeübt. Also man hat richtig gemerkt, fallen lassen, Pressing, fallen lassen, Pressing. Sehr gut in der Variation, sehr gut, sah sehr professionell aus, muss man einfach zugeben. Ja. Und dann war es mal wieder soweit in der 55. Minute. Da war Hertha eigentlich vorne am Machen, ja, wirbelte rum, aber Ball wurde auch, ich glaube, zum Pressschlag, zu dem Bochumer im eigenen Stra... ja, nicht im eigenen Quatsch, im eigenen, ja, dicht beim Strafraum von Bochumer. Pressball, zack, Bochum, hüt, konter, außen, zack, Gas gegeben. Und dann schön reingeflankt und der Hoffmann glücklich zum 3 zu 0. Da war, glaube ich, mit ihm noch dran, so abgefälscht. Das kennt ihr ja. Dann bummst der Ball durch die Abfälschung quasi so hoch und genau über den Torwart rüber. Also die blödste Pille eines Keepers. Und dann war das Ding im Netz und Christen sah, ja, er sah blöd aus, aber er konnte nichts machen. Ja, er ist da so ein wie so ein Frosch da so ins Leere gejumpt, aber er konnte nichts machen. Sehr unglücklich. Also ein glückliches 3 zu 0, würde ich an dieser Stelle mal sagen. Ja, dann habe ich mich in der 58. Minute gefragt, ey, wann kommt denn endlich der Wechsel? Was soll denn noch passieren? Leute, 3 zu 0. Wechsel mal hier. Und wurde auch erhört, aber erst der 62. Da kam ein Dreierwechsel, der meines Achtens längst fällig war. Den hätte ich schon zur Halbzeit gebracht. Mit Serdar, Maulidar und Nikam für den schlechten, sorry, Bötjus an diesem Tag, Scherhand und Zunic. Oder Zunic. Zunic. Ja, der Wechsel. Ja, es verlief weiter nicht ganz gut. Wie immer, also in dem Spiel probierte man was, aber es ging nichts. 72 Minuten habe ich mir aufgeschrieben. Der Tussar macht einen Querpassfehler vom feinsten. Und das in der Vorwärtsbewegung. Dann hat Mittellinie, kriegt Bochum Ball, steht eigentlich mit paar Schritten im Sprint fast vor Christen alleine und hätte der gute Bochumer mehr Ruhe bewahrt. Ich glaube, der war auch kurz zuvor eingewechselt worden und wäre richtig noch am Tor draufgelaufen. Nein, er hat von Weitem probiert dann zu über, ja, den Tor zu überspielen und ging voll daneben. Ja, aber es war sehr, sehr knapp. In der 73. Da wäre fast das 4-0 passiert. Ja, Bochum beherrscht weiter das Spiel, muss ich auch sagen. Und dann aber 76. Minute mal wieder eine Situation, wo Maulidar sich ein bisschen freigespielt hat auf der linken Seite im Bochumer Drittel und dann eine Flanke reinbrachte und Nikam dann rüberköpfte. Das war eigentlich eine ganz gute Situation. Mal wieder auch von Maulidar, der heute, ja, ich sag mal gute, aber auch schlechte Situation hatte. Also er war jetzt, er kam ja auch spät, aber war jetzt auch nicht der Bringer. Und dann hatten wir in der 86. Minute, ja, da war so ein Hickhack im Bochumer Strafraum. Hat Hertha mal Glück gehabt, dass wir da vorne waren, ein Hickhack hinbekommen haben und Serdar das Ding irgendwie so rausfädelte und einnetzte aus kürzester Distanz. Dann stand das 3-1, ja. Man dachte jetzt, naja, okay, Freunde, vielleicht nochmal hier die Trompeteblasen zur Attacke, zur allerletzten Kampferattacke, alles nochmal reinwerfen, weil es ist ja das Torverhältnis, was zum Schluss auch wichtig ist im Abstiegskampf. Vielleicht noch ein Anschluss 3-2. Nein, es missglückte. Und dann war die Partie leider vorbei. Ja, sehr, sehr schade. Ich meine, okay, man kann es im Nachhinein sagen, Hexenkessel, Bochum, Kenwa, ist ähnlich wie in der alten Försterei. Sieht auch so ähnlich als das Stadion, auch so ein 70er-Jahre-Ding. Sehr eckig, nicht hübsch, aber sehr, wahrscheinlich für die Fans sehr gemütlich, sehr eng am Spielfeld. Ja, das Ruhestadion ist halt bekannt. Und Bochum hat ja auch jetzt mit Hertha die letzten vier Heimspiele gewonnen und auch Hochkaräter geschlagen. Union, Frankfurt, glaube ich, und Gladbach. Also die sind gut drauf, leider, muss man sagen. Und Fazit auch mal zur Spielauswertung. Da war Bochum eigentlich wirklich, ja, bis am Anfang, die ersten paar Minuten besser. Also Bochum hat das Spiel verdient gewonnen, auch wenn jetzt die Situation mit dem 1-0 von Hertha doof war. Und Hertha hätte dann vielleicht einen zugeführt und vielleicht wäre es dann anders weitergegangen und so weiter und so weiter. Man weiß es nicht. Aber Bochum hat zu Recht gewonnen und war einfach besser an diesem Tag. Ja, was sagt uns das? Ohne Luka Bakio geht es momentan nicht. Hatten wir heute ganz klar gesehen. Es fehlt neben Kanga noch derjenige, der auch vorbereitet, der flankt, der 1-1 reingeht. Richter hat es ein paar Mal probiert, aber war leider sehr oft irgendwie dann nicht durchgekommen. Also Luka Bakio sehr wichtig. Positionen, Bötios sollte man nochmal überdenken. Für mich war Serdar, wo er reinkam, gleich besser im Spiel. Druckvoller, kraftvoller und genauer. Ja, das hat man gemerkt. Das sind die zwei Dinge, die man berichtigen sollte. Aber ich denke mal sowieso, dass Luka Bakio zurückkommt und dann wird man sehen. Ja, Restart missglückt. Ich habe es am Anfang gesagt. Kacke, wir sind erstmal jetzt vorletzter. Kacke, es ist eine Momentaufnahme. Freunde, es ist nur eine Momentaufnahme, denn am Dienstag können wir das Ding schon wieder in die richtige Richtung bringen. Und die Rückrunde hat ja noch gar nicht begonnen. Ja, trotzdem schade, dass wir da nicht gut reingekommen sind. Aber es ist halt so. Und Dienstag dann gegen die Wölfe, 20.30 Uhr zu Hause, erste Heimspiel wieder nach dem Restart, könnten wir ja gleich, die haben glaube ich 6-0 heute gewonnen gegen Freiburg. Da war ja, oh, alter Schwede. Freiburg wurde auch weggedrückt. Naja, aber es hat nichts zu sagen. Wolfsburg ist so eine Mannschaft, die gewinnt mal so ganz fett und verlieren wieder mal drei Spiele. Also die sind nicht stabil. Und alles gut, wir werden es dann Dienstag sehen. Und dann können wir das zu Hause wieder besser machen. Ja, ich sage immer, lieber auch mal ein Spiel wir verlieren, als immer so eine unentschieden Dinger. Das ist egal. Dann wieder gewinnen und drei Punkte holen. Das zählt auch viel mehr. Hitten Shit. Ja, gehört ja hier mit zu uns. Hitten Shit. Heute zum Schluss Hit war aus meiner Sicht Scherhand gewesen, weil er sein erstes Spiel absolviert hat, für mich vernünftig gemacht hat, auch in der zweiten Halbzeit anfänglich gut rumgewirbelt hat. Der Junge hat schon mal ein bisschen gezeigt, was er kann. War für mich heute mal sein Debüt. Von Anfang an zu spielen war der Hit. Und Shit, muss ich leider sagen, Kempf ein Stück vor Bötus, weil eben Kempf leider heute ein schlechtes Stellungsspiel hatte, die beiden ersten Tore irgendwie auch mit auf seine Kappe gingen, einen blöden Start erwischt hat, obwohl er eigentlich in der Zeit vor dem Bochum-Spiel, vor der Pause ganz gut und stabil war. Aber heute halt nicht sein Spiel. Ja, Leute, nicht den Kopf hängen lassen. Ja, immer weiter. Das nächste Spiel steht ja schon am Dienstag vor der Tür und da kann man ja wieder das alles gut machen. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt sportlich. Bis dann. 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 Bis dann.